Und damit sag ich euch allen einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich Willkommen, ihr zurück zu Let's Play Einkauf. Mit dabei ist der Bargy. Guten Tag. Ey. So, jetzt muss ich überlegen, wie wir weiter machen. Ja, gestern haben wir festgestellt, dass wir Sand brauchen. Du bist selber schuld. Den kriegst du trotzdem wieder. Sag mal, kannst du es nicht lassen? Verträgst du es echt an, ne? Ey. Heute ist es klau, Freunde, ja. So, gut, jetzt. Ähm. Ich nehm ein Bett mal mit. Jetzt stirbt du es nicht. Wenn sich so es lieber hier zu Hause stehen lassen. Ja. Und habe ich hier irgendwas Wichtiges, was Wertvolles mit dabei? Nö. Es geht nicht darum, wenn du stirbst, dann sponst du nicht mehr hier. Wieder Herstellungspunkt gesagt. Also jetzt würde ich wieder hier stehen, ne? Ja. Okay, gut. Tschüssi. Tschüss. Bis in 5 Millionen. Hoffe ja eigentlich nicht. Wenn er von uns beten muss jetzt nämlich. Hast du, haben wir nicht noch ein Boot, Bargy? Ja, habe ich ein Inventar. Kannst du mir das mal bitte geben? Wenn du zu mir kommst. Ja, ich komme extra. Ja. Sehr schön. Dankeschön. Sehr freundlich. Dann werde ich wieder gehauen. Hä? Dann werde ich ja wieder gehauen. Richtig. Ist ja manchmal nur Träsche wert. Ja, ja, sagt die richtige Potzao. So, und dann werden wir mal losfahren. Mal sehen, ob wir hier irgendwas finden können. Oh, das hat jetzt richtig viel gebracht. So, naja, gut. Dann gucken wir mal. Ob ich jetzt hier irgendwo Sand finde. Weil Sand könnte man immer gebrauchen. Und dafür fahre ich jetzt hier eben halt mit dem Schiff, na? Schiff, Boot. Ja, was ein Boot und ein Schiff ist, oder was? Also, es könnte jetzt dauern, Baki, bis ich dann wieder da bin, na? Alles gut. Kein Sand? Nix? Ich muss aber noch wissen, wo ich hier hinfahre, na? Wenn er auf dem Wasser bin, ich ja so gut wie sicher. Eine Echte habe ich jetzt Zeit, ne? Ja. Bei der dritten Nacht kommen hier die Zombies. Die, die, die. Ah, wie heißen die? Phantome. Heißt, ich muss mich also beeilen. Also, wir sind hier umgeben eines riesigen Meeres, kann man ja fast sagen. Ich glaube, ich habe hier etwas Sand gefunden. Sehr gut. Es ist zwar erstmal nicht viel, es ist aber immerhin was. Aber, naja. Ich kann es als Hungerlohn nehmen. Hatten wir einen Eimer? Ja, ich glaube. Müsste unter allerlei Sachen sein. Also, wenn wir das Riesenprojekt mit dem Stadion bauen wollen, kann ich jetzt schon mal sagen, da brauchen wir eine richtige Sandbüste. Wüsste ich wäre nur, wenn die Sandbüste gefühlt 3000 Kilometer weg liegt. Was natürlich passieren könnte, na? Also, es ist wirklich nicht viel. Ja. Aber, etwas ist es. Ich meine, ich brauche jetzt auch erstmal nicht so viel. Aber ich suche gleich für den Barki ein bisschen mit, weil ich ja ein freundlicher Mensch bin. So, damit sind wir dann gleich auch mal ein bisschen an der frischen Luft wieder. Und, ähm, ja. Alles richtig gemacht. Brauchst du viel Glas oder wenig Glas, Barki? Wie gesagt, kann ich dir nicht sagen. Na ja, also, ich habe jetzt eins, zwei, drei, vier Stacks Sand. Glaub mir, ich glaube nicht, dass ich mehr als zwei Stacks für meinen Bauvorhaben brauchen werde. Aber man soll ja niemals nie sagen, na? Wie schnell ist es mal, dass man sich verbaut hat. Wie ist es? abonnet So, aber Leute, wie es dann weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge, hier zurück zu Let's Play Einkauf. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zusehen, macht's gut und tschüssi Kowski.